It's going to be perfect. Was bin ich für ein Mensch? Warum schafft die Natur einen Menschen wie mich? Du hast unsere Zukunft gestohlen und ich werde jede Spur von dir aus Gabriels Leben verbannen. Nostalgie langweilt mich, Gabriel. Ja und dein Vater? Ich erinnere mich an nichts. Er ist mir ein Rätsel. Im Topf ist Fischsuppe. Soll gesund sein. Eltern können grausam sein, was? Verdammt grausam. Ich fing mit einem Anruf an. Hallo? Jetzt spreche ich mit Gabriel York. Hier ist Andrew, dein Sohn. Erstmal wo du es canst. Ich war mir ein Rätsel.